Diese Formel des Was-wissen-Sie-davon-Was-Sie-nicht-mehr-wissen-Dass-Sie-nicht-mehr-wissen bezieht sich sowohl auf die Formel der Existenzialisierung des Nicht-mehr-Bemerkens, das man nicht mehr ahnt, gar nicht mehr zu sein oder nicht mehr zu wissen, was das ist, Existenz. Aber natürlich noch mehr handelt es von dem Kaputtgehen, dem Uneinhaltsamen, dem Nichts-Bewahren-Könnenden. Da hat sich die Zoom-Funktion wieder ein wenig verstellt.